Wie in der Nähe gibt es eine Firefly-Basis. Vorsichtig sein und zusammenbleiben. Also den Modus, den ich auch letztes Mal gezockt habe. Ja, direkt hintereinander. Also für euch war das Video vorbei. Für mich ging es direkt weiter. Oh, hat er schon einen Gegner gesichtet oder was? Oh, da! Der hat gesessen. Au, au, au! Alter! Au, au, alles klar. Er hilft mir, das ist nice. Lol. Stirb. Ich hole ihn mal schnell. Oh mein Gott! Nein! Oh Mann, ey! Scheiß doch, die Wand an. Fuck. Nein, nein, du kriegst mich nicht. Nein, nein, ich werde nichts sagen. Nein, du kriegst nichts aus mir raus. Kacke. Das lief nicht so gut, wenn man das so sagen könnte. So, in sieben Sekunden sind wir auch wieder da. Aber die haben schon zwei Verhöre. Die brauchen nur noch drei, dann haben sie unseren Tresor. Nee, 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 alter. Können wir mal lassen, bitte. So. Jawohl, eine Nahkampfwaffe. Aber wir schießen da schon wieder. Erstmal die Nahkampfwaffe machen. So. So, und jetzt vorsichtig. Bloß vorsichtig sein jetzt. Ich ziehe mich mal zu meinen Leuten zurück. Wie konnte man denn nochmal? Ah, ja, mit R1. Schon stimmt. Und hier will einer in das Haus rein. So. Aber ich lasse bestimmt nicht zu, dass du hier von hinten besuchst. Versuche gerade zu lauschen, wo er ist. Er ist ja irgendwo links von mir, aber was er da jetzt genau macht. So. Na, ich sehe da. Da ist einer. Den werde ich mir gleich holen. Aber immer schön absichern. So, der ist down. So, hier ist keiner mehr drin. So, verhören. Sack, wo der Tresor ist. Du Sack. Oh, oh. Nice. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich fühle mich hier echt nicht wohl. So, schnell hier. So. Hier war doch ein Typ. Der ist doch down gegangen. Ist er das hier? Ja, keine Ahnung. Scheiße, er verhört ihn gerade. So. Jetzt wirst du aber verhört, mein Freund. Ja, genau. So sieht's aus. Alter, hat er ihn getroffen? Guter Junge, ey. Guter Junge. Oh, fuck. Den hat's erwischt. Moment, Moment, Moment. Ganz ruhig, ganz ruhig. Den kann ich jetzt nicht verhören. Den kann ich jetzt nicht verhören. Dann werde ich getötet. So, Alter. Da ist einer gestorben. Einer ist hart verletzt. Ich muss jetzt mal hier Rüstung. So. Und dann verbessere ich meine Pistole. Und dann kann ich noch was anfertigen. Mediket brauche ich. Und dann nehme ich auch mal die Bombe. So, schnell wieder ins Gefecht hier. Boah, geht richtig gut ab hier. Ohne Spaß. Kann man auf das Dach haus oder so? Nee. Okay. Ich weiß nicht, was ich gerade sehen kann. Warte, warte, warte. Ich hab hier doch Feuer. Okay, er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Dann hole ich ihn wieder. Er verhört ihn. Nee, tut er doch nicht. So. So, der hat auf jeden Fall hart geschluckt. Okay, okay, okay. Aber da hinten ist noch einer. Deswegen kann ich nicht verhören. Ich hab nur noch einen Schuss. Ich hab nur noch einen Schuss. Oh Gott, Alter. Okay, ich seh grad nichts. Ich geh mal gucken. Ich muss mir irgendwie Munition kaufen. Äh, wie viel Geld hab ich? Na, scheiße. Dann muss das her. Sechs Schuss hab ich jetzt. Das ist echt nicht die Welt. Echt nicht die Welt, muss ich sagen. Aber immerhin besser als gar nichts, wa? Besser als gar nichts. So. Hallöchen. Jemand zu Hause? Da hinten. Da hinten hab ich einen gesehen. Oh, 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 oh. Ah, lalala. Oh, gut, dass ich da weggekommen bin. Oh. Moment. Nein. Au. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her, komm her. Okay, da. Okay, dann komm ich da hin. Alter, was ist das für ein Match? Ey, leck mich am Arsch. Jetzt ist er down gegangen. Du kannst dich doch nicht einfach verhören. Auf einem offenen Feld. Ich steh hier drüben gleich drauf. Ja, was soll ich machen? Ich kann da nicht einfach rausrennen. Dann kriegen die noch einen. Ah, scheiße. So knapp vor der Rettung ist er verreckt. Ey, 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 ey. Nein. Alter. Der Typ mich verarschen. So, der will jetzt. Der will mich hier jetzt holen. Okay, da komme ich doch nicht holen. All ist da. Nein. Und er kommt da. Nein. Und er kommt da von hinten. Ach, du Scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Was ist das für eine Runde hier? Boah, die ist richtig spannend. Ey. Holy shit. 2 zu 3 Verhöre. 2 zu 3 Verhöre. Relativ ausgeglichen. Puh. Holy shit. So. Jetzt einmal, Jungs, einmal zurückziehen und Sachen anfertigen und alles. Sonst, äh, wird das, äh, wird das, äh, wird das nicht, sonst wird das einfach nichts. Hier, Medi-Kit kann ich gebrauchen. Ja, das ist, äh, das ist echt hart, das ist echt hart, das ist echt hart, das ist echt hart hier gerade. So. Zieht euch doch einmal zurück. Einmal einfach zurückziehen und verbessern. Das ist echt wichtig. Ich nehme mir auch mal so eine Klinge und dann hier das. Naja, jetzt haben die unseren... Ah. Ah, nee. Einen brauchen die, glaube ich, noch, oder? Einen brauchen die, glaube ich, noch, oder? Nee. Nee, da ist er auch. Shit. Habe ich nur nicht gesehen. Nee, 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 nee knapp knapp so eine scheiße ich hole mir mal munition ich muss jetzt echt alles holen was ich kann das wird hart das wird echt hart jetzt die wissen schon wo unser trisor ist wir brauchen noch drei von denen geht da ist eine mine schnell mal gucken hier scheint aber nichts zu sein erscheinen kann aber auch trügen was machst du da für geräusche hallo okay da ist einer mindestens einer da gucke ich mal ob ich den von hinten kriegen kann so den habe ich alter jawohl ich brauche hilfe alter ich brauche hier sowas von hilfe okay er hat ein das ist nice nein 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 da war die munition leer das war's mit meinem genieck wo ich habe nur 80 teile ich kann mir echt nichts nützliches kaufen gerade aber wir sind auch wieder nur drei die sind aber auch drei ist das normal in dem modus 3 gegen 3 oh jawohl 100 teile und richtig viele sachen zum anfertigen so einmal zurück ja aber das ist alles nur hochbombe ja komm kann man mal nehmen machen wir direkt zwei mal für sind gar nicht so scheiße ja öffnungsgeschwindigkeit erhöht wenn wir zumindest den selbst schon mal öffnen könnten so weit sind wir leider noch nicht das kann ich habe den drei headshots gegeben und da keine rüstung drei headshots und scheiß kaufen wir mal munition ja jetzt öffnen die scheiße aber sie sind halt trotzdem schon sind vor uns in der zeit wenn wir das nicht hinkriegen ja das das war dumm aber ich wollte nahkampf angriff machen wir haben das eh verloren von daher 20 sekunden noch in der zeit kriegen wir keine drei leute verhört und dann zu zwei drittel in den safe geknackt ja scheiße das lief nicht so gut eine trophäe heimatstadt und aufgegebener befrager haben wir genug vorräte wenigstens ja haben wir nice und 20 haben wir auch noch übrig und das macht zwei überlebende für uns oh verbündete retten ja das ist so ein event eine gruppe verbündeter die zu unserem lager wollte wurde von den fireflies gefangen genommen verbessere das trainieren in der gruppe damit wir eine richtungsmission starten können maximale belohnung zwei berater berater zwei bewohner und zwei booster so du hast drei spiele zeit und deine mission abzuschließen ach ich kann mir die jetzt selbst auswählen ach so gegner ledigen neue kleinmitglieder mit einmalige booster wenn ich neuen gegner ko mach dann kriege ich zwei leute ich weiß gar nicht verbrauche ich die dann oder kann ich immer wieder das gleiche nehmen das wäre eigentlich gut zu wissen das wäre echt gut zu wissen der k.o. mit pistole wer macht denn neuen k.o.s mit der pistole alter k.o. mit nahkampfwaffe gegner markieren man kann gegner markieren hoppala teammitglieder heilen wiederbeleben spezialexekution ich glaube ich nehme mal erstmal gegner erledigen mal oder komm ich nehme das mal einfach so aber die mission die werden wir in den nächsten parts erledigen denn wir sind hier vorbei das match ist vorbei das video ist auch gleich vorbei und dann bedanke ich mich recht herzlich recht herzlich fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann gebt doch ein like wenn ihr irgendwas für mich zur verbesserung habt zum spiel oder vielleicht auch für unseren kanal allgemein oder sonstiges schreibt es in die kommentare und natürlich freuen wir uns auch immer wieder über ein like und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten video tschüss tschüss